Ein König befragte einmal die Weisen an seinem Hof und sagte zu ihnen, Ich lasse mir einen wunderschönen Ring machen. Ich habe die besten Diamanten, die man bekommen kann. Ich möchte in dem Ring eine verborgene Botschaft haben, die mir in Zeiten völliger Verzweiflung helfen kann. Sie muss sehr kurz sein, damit sie unter dem Diamanten des Rings verborgen werden kann. All die Weisen, all die großen Gelehrten hätten lange Abhandlungen darüber schreiben können. Aber ihm eine Botschaft zu geben, die nur zwei oder drei Worte enthielt und ihm in Zeiten größter Verzweiflung helfen würde? Sie dachten nach. Sie schauten in ihre Bücher. Aber sie konnten nichts finden. Der König hatte einen alten Diener, der ihm fast wie ein Vater war. Er war schon der Diener seines Vaters gewesen. Die Mutter des Königs war früh gestorben. Und dieser Diener hatte sich um ihn gekümmert. Deshalb wurde er nicht wie ein Diener behandelt und der König hatte großen Respekt vor ihm. Der alte Mann sagte Ich bin kein Weiser, bin nicht gebildet und nicht gelehrt, aber ich kenne die Botschaft. Es gibt nämlich nur eine Botschaft. Diese Gelehrten können sie dir nicht geben. Nur ein Mystiker, jemand, der sich selbst erkannt hat, kann sie dir geben. Während meines langen Lebens im Palast bin ich allen möglichen Menschen begegnet, darunter einmal einem Mystiker. Er war bei deinem Vater zu Gast und ich wurde ihm als Diener zugeteilt. Als er abreiste, gab er mir als Geste des Dankes für meine Dienste diese Botschaft. Und er schrieb sie auf einen kleinen Zettel, faltete ihn zusammen und sagte zum König Lies sie nicht jetzt, halte sie in deinem Ring verborgen und öffne sie erst, wenn alles gescheitert ist, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Diese Zeit sollte bald kommen. Das Land wurde überfallen und der König verlor sein Reich. Er musste auf seinem Pferd fliehen, um sein Leben zu retten und die feindlichen Reiter verfolgten ihn. Er war allein. Sie waren in der Überzahl. Er kam an einen Ort, wo er anhalten musste, weil der Weg zu Ende war und stand an einer Klippe über einem tiefen Abgrund. Dort hinunter zu fallen, wäre das Ende gewesen. Er konnte nicht zurück, weil dort die Feinde waren und er hörte bereits die Rufe ihrer Pferde. Er konnte nicht vorwärts gehen und es gab keinen anderen Ausweg. Plötzlich erinnerte er sich an den Ring. Er öffnete ihn, nahm den Zettel heraus und darauf stand eine kurze Botschaft von sehr wertvoller Bedeutung. Sie lautete Auch dies geht vorüber. Während er den Satz las, wurde er ganz still. Auch dies geht vorüber. Und es ging vorüber. Alles geht vorbei. Nichts ist beständig in dieser Welt. Die Feinde, die ihn verfolgt hatten, hatten sich wohl im Wald verlaufen, hatten wohl einen falschen Weg eingeschlagen und nach einer Weile konnte er die lauten Hufe ihrer Pferde nicht mehr hören. Der König verspürte große Dankbarkeit gegenüber seinem Diener und jenem unbekannten Mystiker. Diese Worte hatten wie ein Wunder gewirkt. Er faltete den Zettel wieder zusammen, steckte ihn zurück in seinen Ring, sammelte seine Truppen wieder um sich und eroberte schließlich sein Reich zurück. Und der Tag, an dem er siegreich wieder in seine Hauptstadt einzog, wurde in der ganzen Stadt großartig gefeiert mit Musik und Tanz und der König war so stolz auf sich selbst. Der alte Diener ging neben seinem Wagen her und sprach, auch jetzt ist es wieder der richtige Moment. Schau die Botschaft noch einmal an. Was meinst du damit, sagte der König? Jetzt bin ich siegreich. Das Volk feiert mich. Ich bin nicht verzweifelt. Ich bin in keiner ausweglosen Situation. Hör zu, sagte der alte Mann. Das hat mir der Heilige damals gesagt. Diese Botschaft ist nicht nur für Zeiten der Verzweiflung. Sie ist auch für die Zeiten der Freude. Sie gilt nicht nur, wenn du Verlierer bist. Sie gilt auch, wenn du der Sieger bist. Nicht nur, wenn du der Letzte, sondern auch, wenn du der Erste bist. Der König zuckte mit den Schultern, öffnete seinen Ring und las die Botschaft. Auch dies geht vorüber. Und plötzlich überkam ihn derselbe Frieden, dieselbe Stille, mitten in dieser Menge, die jubilierte, feierte und tanzte. Sein Stolz, sein Ego waren verflogen und er verstand. Alles geht vorüber. Er bat seinen alten Diener, in seinen Wagen zu kommen und neben ihm zu sitzen. Und er fragte ihn, gibt es noch was? Deine Botschaft hat mir ungemein geholfen. Der alte Mann sagte, das Dritte, was mir der Weise damals sagte, war, vergiss nicht, dass alles vorüber geht. Nur du bleibst. Du bleibst ewig als Zeuge. Auch dies geht vorüber, ist ein Mantra, welches du ja schon kennst und welches ich gerne ganz groß über alle schwierigen Lebenssituationen schreiben würde und über all die Momente, die jedem von uns im Alltag manchmal einfach verloren gehen, weil wir das einfach viel zu oft vergessen, dass auch die schönen Dinge irgendwann vorüber sein werden. Gott sei Dank macht aber auch das Burnout in dieser Sache keine Ausnahme. Jedes Burnout wird irgendwann vorüber sein, sofern du dich dir selbst zuwendest, so wie Anne zum Beispiel. Hallo Susi, ich bin seit März 2019 wegen eines Burnouts krankgeschrieben. Ich habe bereits eine Verhaltenstherapie gemacht, deinen Podcast gehört und bin gerade noch zur Reha. Im März möchte ich wieder anfangen zu arbeiten bei demselben Arbeitgeber. Gerne hätte ich für den Einstieg eine Begleitung, um sicherer zu sein und nicht gleich wieder in dieselben Muster zu fallen. Ich bin Mitte Februar zurück, von daher wäre in der Woche darauf vielleicht ein guter Termin, um sich kennenzulernen. Zeitlich bin ich flexibel, da ich ja noch krankgeschrieben bin bis Ende Februar. Im März wird es sicher auch noch easy, da ich mit einer Wiedereingliederung starten werde. Ich freue mich, von dir zu hören. Liebe Grüße, Anne. Liebe Anne, vielen Dank für die Inspiration für diese Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins. Die Wiedereingliederung ist ein Thema, was fast jeden von Burnout-Betroffenen früher oder später beschäftigt. Und weil die letzten vier Folgen glaube ich, sehr zum Nachdenken angeregt haben und weil diese Gedankenketten wahrscheinlich noch eine ganze Weile weitergehen werden, freue ich mich, heute eine Folge veröffentlichen zu können, die ein bisschen handfester ist, die direkt als Werkzeug dienen kann, ohne langen Vorlauf und ohne viel Nachdenken. Es folgen die vier Original Burnout-Coaching Berlin Wiedereingliederungshacks für deinen oder für euren Wiedereinstieg ins Berufsleben. Die Frage, die jeden von Burnout-Betroffenen irgendwann beschäftigt, lautet also, wie geht es weiter nach meinem Burnout? Und wie kannst du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, die Wiedereingliederung optimal für dich nutzen, statt wieder in die gute, alte Burnout-Falle zu tappen? Mein erster Wiedereingliederungshack lautet Nimm dir Zeit. Du hast es auf deinem Weg aus dem Burnout wahrscheinlich schon herausgefunden. Es ist wichtig, unterscheiden zu lernen, was mir Energie gibt und auch sensibel zu werden für die Dinge, die mir die Energie nehmen. Und das gilt natürlich auch für deinen Wiedereinstieg ins Berufsleben. Der Wiedereinstieg ins Berufsleben sollte deswegen auf jeden Fall sorgfältig und frühzeitig geplant werden und so wie bei Anne unbedingt über eine Wiedereingliederung passieren. Denn diese Wiedereingliederung ermöglicht es dir überhaupt erst mal, die eigene Belastungsfähigkeit wieder einschätzen zu lernen, wieder mehr Selbstsicherheit auch zu bekommen und Ängste abzubauen vor einem Rückfall oder vor Überforderung oder so. Und eine klassische Möglichkeit des Wiedereinstiegs ist das sogenannte Hamburger Modell. Dabei arbeitet man zunächst wenige Stunden, während die Krankschreibung noch gilt und kann sich so langsam wieder in seinem Unternehmen einfinden und eben auch ein bisschen reinschnuppern, welche Stundenzahl zum Beispiel optimal ist und so weiter. Die ganze Zeit über die Wiedereingliederung läuft das Krankengeld weiter und dieses Modell ist sehr flexibel, das heißt, du kannst mit deinem Arzt besprechen, mit welcher Stundenzahl du wieder anfangen möchtest, wie dann die Empfehlung weiter aussieht, wie schnell oder wie langsam sie gesteigert werden soll, zum Beispiel. Viele Betroffene machen gute Erfahrungen damit, wenn sie sich schon im Vorfeld der Wiedereingliederung mit ihren Kollegen und oder den Chefs in Verbindung setzen. Ihr habt euch lange nicht gesehen und so hast du die Möglichkeit abzuchecken, was geht, wie die Stimmung unter den Kollegen und generell im Unternehmen ist zum Beispiel oder auch, um deinem Chef zu helfen, sich erstmal deinen gesundheitlichen Bedürfnissen entsprechend einzusetzen, damit ihr gemeinsam sehen könnt, wohin die Reise geht und ob ihr nicht sogar etwas ganz Grundsätzliches an deinen Arbeitszeiten, der Stundenzahl oder deinem Einsatzgebiet ändern wollt oder vielleicht sogar müsst, damit du dich dauerhaft wieder wohl und fit fühlen und eben auch bleiben kannst. Zweitens Hör unbedingt auf deinen Körper. Sei wie eine Schildkröte, die ihren Panzer nur langsam und vorsichtig verlässt, wenn sie sich warm und sicher und wohl fühlt. Deine Krankschreibung hat dafür gesorgt, dass du dich in dich selbst zurückziehen, ausruhen und sicher fühlen kannst vor den Anforderungen, die die Welt da draußen vor allem am Arbeitsplatz an dich hat. Das Hamburger Modell der Krankenkassen wurde sozusagen genau für dich erfunden. Im Falle eines Burnouts sorgt es dafür, dass du dich langsam mit all den neuen Erkenntnissen und Bedürfnissen, die du in den letzten Wochen und Monaten über dich selbst und deinen Alltag neu hinzugewonnen hast, nach draußen zurückwagen kannst und zwar ohne zu hetzen und vor allem ohne dich und deinen Körper und deine Psyche zu übergehen und dann eben wieder eine neue Burnout Runde deswegen drehen zu müssen. Wenn dein Körper dir also signalisiert, dass die Wiedereingliederung zu schnell geht, oder dass sie vielleicht noch mal ganz pausiert werden muss, nimm diese Signale wahr und nimm sie ernst und sprich mit dem Arzt deines Vertrauens darüber. Denn die Wiedereingliederung ist keine Einbahnstraße, auch wenn das manchmal gerne von den Krankenkassen so suggeriert wird. Der dritte Wiedereingliederungshack Nachdem du dir also Zeit genommen hast, um langsam zurückzukehren, um die Situation an deinem Arbeitsplatz schon mal vorher ein bisschen auszuchecken, wenn du auf deinen Körper gehört hast und eventuell innerhalb der Wiedereingliederung nochmal ein Schrittchen zurückgegangen bist, rausgefunden hast, was genau dich vielleicht auch vorher in deinem Beruf so sehr belastet hat und was dir damals aber vielleicht noch nicht aufgefallen ist. Dann drittens justiere neu, wenn es nötig ist. Die Wiedereingliederung ist eine Teststrecke, die dir aufzeigen soll, wo in deinem Job bisher die Stolpersteine gelegen haben und welche von ihnen du nun besser vertragen kannst oder umfahren kannst, weil du die ihrer bewusster geworden bist, weil du Entspannungstechniken gelernt hast, weil du vielleicht nicht mehr ganz so viel Wert darauf legst, was andere von dir denken könnten und so weiter und so fort. Diese Testfahrt soll dir aber auch dabei helfen, die Stolpersteine auf deiner Rennstrecke zu identifizieren, die wirklich vollständig weggeräumt werden müssen, weil ein Umfahren auf Dauer für dein Wohlbefinden nicht ausreicht zum Beispiel. So ein Klassiker wären zum Beispiel Kollegen, die mobben, wo halt so ein Kompromiss einfach nicht möglich ist und wo auch ein Meditieren oder Achtsamkeitsübungen machen oder Joggen gehen oder das niemals ändern wird, dass es einfach eine außergewöhnliche und wirklich auch unnötige psychische Belastung ist. Also je nachdem, welche Situation bei dir auf Arbeit vorgelegen hat oder noch vorliegt, ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass Menschen, die einen Burnout überstanden haben, im Nachhinein genau wissen, was das Burnout ausgelöst hat oder auf jeden Fall ganz, ganz viel gefüttert hat, dass bei der Rückkehr in den Berufsalltag noch mal so ganz klar vor Augen geführt bekommen und dementsprechende Änderungen in ihren Verhaltensweisen oder Arbeitsgewohnheiten oder gar komplett an der Wahl des Arbeitsplatzes vornehmen wollen und eben auch müssen. Und auch dazu ist das Hamburger Modell und die langsame Wiedereingliederung da. Denn solltest du wirklich zu dem Schluss kommen, dass es Dinge gibt an deinem alten Arbeitsplatz, mit denen du nicht mehr leben und arbeiten möchtest, dann verschaff dir das Hamburger Modell durch diese langsame Erhöhung der Arbeitsstunden eben auch die Möglichkeit, dir Zeit zu nehmen, dich zu informieren, wie du aus dieser Situation jetzt erstmal aussteigen kannst beziehungsweise dich woanders zu bewerben oder mit dem Arbeitsamt Kontakt aufzunehmen und natürlich im Idealfall auch wieder mit deinem Arzt oder deinem Therapeuten oder deinem Burnout Coach darüber zu sprechen, sodass selbst wenn du diese Situation noch ein paar Tage erleben oder aushalten musst oder möchtest, es nicht wieder ganz so tief nach unten geht, wie vor deiner Pause, als und der vierte und letzte Wiedereingliederungshack aus der Burnout Coaching Berlin Feder ist geh ruhig nochmal einen Schritt in den Schutzpanzer zurück, wenn du noch nicht so weit bist. So ist das Hamburger Modell nämlich eigentlich gedacht. Es geht nicht darum, dich bis zum Stichtag X wieder einsatzfähig zu bekommen, koste es, was es wolle. Es geht darum, dass du und dein Arbeitgeber gemeinsam herausfinden könnt, wie du deine Stärke behalten kannst, und zwar dauerhaft und nachhaltig. Das Hamburger Modell ermöglicht, die eigene Belastungsfähigkeit wieder einschätzen zu lernen, ja, Selbstsicherheit im Berufsalltag zurückzugewinnen, auch, und die Ängste abzubauen vor Rückfall und Überforderung, das habe ich gerade eben schon gesagt. Die stufenweise Wiedereingliederung beginnt ja aber nicht umsonst zu einem Zeitpunkt, zu dem der Mitarbeiter offiziell noch arbeitsunfähig ist. Die Dauer der Wiedereingliederung ist normalerweise auf einen Zeitraum von sechs Wochen bis sechs Monaten ausgelegt. Das ist ein großer Spielraum, den du mit deinem Arzt eben gemeinsam besprechen und für dich dann auch rausfinden kannst, ob du den komplett für dich nutzen möchtest oder ob du denkst, dass du schneller wieder am Start bist sozusagen. Wenn sich aber innerhalb dieser Zeit rauskristallisiert, dass du trotz Wiedereingliederung selbst über einen längeren Zeitraum noch nicht wieder voll einsatzfähig sein wirst, kann dieser Prozess im Ausnahmefall oft bis zu zwölf Monate verlängert werden. Was ich aber eigentlich sagen will mit diesem vierten Hack und dieser Möglichkeit nochmal einen Schritt in deinen Schutzpanzer zurückzukehren ist, dass solltest du während deiner Wiedereingliederung einen Punkt erreichen, an dem du merkst, dass deine Belastungsgrenze erreicht ist oder vielleicht sogar wieder überschritten wird, dann sprich unbedingt mit deinem Arzt darüber. Denn was gerne in offiziellen Statements und Briefen und Erklärungen vergessen wird zu erwähnen ist, dass das Hamburger Modell es Betroffenen ermöglicht, bei Bedarf nochmal mehrere Schritte zurückzugehen und das bedeutet konkret, dass selbst, wenn du feststellst, dass du noch gar nicht so weit bist, deinen Job wieder vorzusetzen, das kein Problem ist. Denn während der Wiedereingliederungsphase giltst du ja weiterhin als krankgeschrieben und das bedeutet zum einen, dass dein Unternehmen dich nicht bezahlt, sondern die Krankenkasse, du schuldest deinem Chef in dieser Zeit also erstmal gar nichts und zum anderen, dass es jederzeit möglich ist, deine Tätigkeit wieder komplett sein zu lassen und stattdessen nochmal nach neuen Therapieansätzen oder einer Reha und so weiter und so fort gemeinsam mit deinem Arzt oder deinem Therapeuten oder deinem Burnout Coach zu schauen, um noch mehr Stabilität und Kraft zurück zu gewinnen und dann nochmal einen Anlauf zu machen, sich im Arbeitsmarkt wieder einzufinden. Ja, das ist eine Information, die ich oft vermisse, wenn ich sehe, wie Wiedereingliederungen ablaufen und dass es eben auch keine endgültige Entscheidung mit Zwang zurück auf den Arbeitsmarkt ist und dass diese Wiedereingliederungsphase eben auch dazu da ist, wenn es so ist, festzustellen, dass es noch nicht so weit ist. Das ist also der Gedanke auch so bisschen dahinter, dass dir als Betroffenen oder als Betroffener dieser Druck genommen wird und dass du einfach wissen kannst, dass an deinem Status sich erst mal noch gar nichts ändert, es sei denn, du bist nach der vereinbarten Zeit wirklich auch selber davon überzeugt und fühlst dich wohl damit, den Krankenstand zu verlassen und wieder arbeiten zu gehen. Und hier habe ich nochmal eine kleine Geschichte für dich zu dem Vergleich von eben mit meiner Schildkröte. Ein kleiner Junge, der auf Besuch bei seinem Großvater war, fand eine kleine Landschildkröte und ging gleich daran, sie zu untersuchen. Im selben Moment zog sich die Schildkröte in ihren Panzer zurück und der Junge versuchte vergebens, sie mit einem Stöckchen herauszuholen. Der Großvater hatte ihm eine Weile zugesehen und hinderte ihn daran, das Tier weiter zu quälen. Das ist nicht gut, sagte er. Komm, ich zeig dir, wie man das macht. Er nahm die Schildkröte mit ins Haus und setzte sie auf einen angenehmen warmen Kachelofen. In wenigen Minuten wurde das Tier warm, steckte seinen Kopf und seine Füße heraus und kroch auf den Jungen zu. Mein Kind, Menschen sind manchmal wie Schildkröten, sagte der Mann. Versuche niemals jemanden zu zwingen. Wärme ihn nur mit etwas Güte und Mitgefühl auf und er wird seinen Panzer verlassen können. Und das ist auch die Quintessenz für heute in dieser Wiedereingliederungsfolge. Deswegen lautet auch das Mantra der Woche heute. Ich komme raus, wenn's warm genug ist. Schildkrötenstep bei Schildkrötenstep. Die nächste Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins kommt im Oktober raus, wenn es wieder kalt und dunkel wird. Aber meine kleinen Folgen für zwischendurch laufen natürlich bis dahin weiter. Wenn es Neuigkeiten gibt, erfährst du sie im Newsletter von Burnout Coaching Berlin als erstes. Und falls du dich noch nicht angemeldet hast in meinem Newsletter findest du den Link zur Anmeldung natürlich wieder im Beschreibungstext zu dieser Episode. Pass auf dich auf und egal was ist, bleib ganz bei dir. Bis übernächste Woche in der Minifolge Deine Susi bis 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020